watts ah Viktor Stefan auszubauen wo hat er ug sale wieder presen so weit genau Fuck Ja, super Keiner sich zu Hause legen Ah, der Thomas heute zumindest Thomas, da liegt noch einer weg Ah ja Pass auf, da kommt einer Super Gute Lobby sprengen, verdammt Ah, es gehört, oder, dass man Auf die Hände fliegen schießen kann Das ist auf jeden Fall ganz cool, ja Ja Jawohl, jetzt bin ich im Hospital, was da? Ich will es gar nicht wofen lassen und in die Luft Okay, die Wieswäschchen wird nix mehr Na Oh 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 Der Hm Du werfen mich geschossen Ja Alter, von da oben Kannst du nicht wahnsinnig Ja Ja Wir sind zweiter Feinde landen im Einsatzgebiet Feindliche Drohne überall Feindliche Drohne überall Bei uns ist grad wer gelandt Tastik Das ist ein Taktik Einstieg Das ist ne ein Taktik Einstieg Öderfaut Kannst du an jederzeit einsteigen, glaube ich Also wenn du stirbst, glaube ich Kannst du es auszuchen oder so Ich hab mir's einfach mal rausgelegt da. Und das jetzt? Ich bin nachgesprungen und bei niemandem, äh, äh, niemandem den Übergang tut, was ich da weggefunden habe. Ich kann nur bei einem kleinen Vorsprung reden. Randezone markiert, Extraktion bereit. Ja, ich hab mir vielleicht jetzt mal früher zu einer Randezone. Ich hab da einen Transportballon. Den hab ich auch schon. Ja, hab ich auch schon, ja. Kommt mir gleich mal irgendwie was einlegen, was. Oder so. Habt ihr euch auch gefühlt? Ich hab noch gar keine Gestatt. Sollen wir so eine Gestatt da? Na? Ich hab keine Gestatt. So. Achso, ich hab mir noch... Du hast noch nie... Ich start, oder? Dann kannst du ja gleich den nächsten Weg. Da ist er noch verbergfund. Da ist er noch verbergfund. Dann kannst du ja gleich den nächsten Weg. Du hast doch alles gemacht. Dann kannst du ja gleich den Weg. Dann kannst du ja gleich den Weg. Dann kannst du ja gleich den Weg. Ja, ich hab dann. Ich habe hier einen Raketenwerfer. Den hätte ich jetzt gerade gebraucht. Das ist ein Clout. Aktivität! Ziel gleich nach vorne! Ich habe einen Auftrag aufgenommen. Bei mir ist eine Drohne. Ich habe meine Drohne, außer ich nehme mir die neue Drohne. Ach, geh scheiße! Geht raus! Wo sind sie denn? Ich bin gerade von hinten erschossen worden. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Das Deckling muss ich noch anbaut haben. Da war es... Da bei den Häuser, rechts, 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 da in den Häuser, hinten. Aber da war es gut. Ja, weg! Ja, weg! Ja, weg! Ja, wieso denn? Das geht mir schon wieder am Arsch. Wo ist denn? Ein Auto? Der hat mich gleich heute in der Luft. Na? Na? Ich habe hier medizinische Versorgung. Ich habe hier medizinische Versorgung. Da ist gerade ein Gold, aber kommt mal an. Aufklärungsdaten gesichert. Hier sind Vorräte voller Geld. Danke. Rückland, ja. Ich könnte auf das Hochhaus, auf Verena und dann mit dem Vorschaum an mich. Bei dem Schauenweg. Auto, neben uns. Soll ich die Kohle holen? Ja. Zweit zappt er. Jetzt krieg's noch der gleich soviel aus. Ausgeholt. Hinter dem Ding. Er hat sich wieder aufgestockt. Er hat sich wieder aufgestockt. Fack, da ist einer. Da sind noch ein paar. Präzisionsluftschlag. Er springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Er springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel 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 ab. Mit allem in ihrem Himmel ab. Besser gesagt. Bei mir ist auch einer irgendwo unter mir. Äh, wir sind noch eins. Okay, wir haben noch eins. Wer hat mich ausgenockt? Scheiße. Das liegt jetzt auf der... auf... auf... da oben. Wo? Auch von hinten mir. Scheiße. Nein! Ich bin so schlecht. Naja. He. Er war... Okay, wir waren erst da. Jetzt haben wir nämlich eine Schönerkohle hergegeben. Ich plant den natürlich irgendwo anders. Ja, eben ja. Dann hole ich dort. Das war so schön gemein. Scheiße. Alter, ist das ja irgendwo. Bonniard, ja. Achso. Ah. Fuck, wie viel Geld, dass ich da gerade oben liegen lassen hab. Fuck, mir gerade. Ja, wir hätten schon gemüssen. Ja, das wäre auch nicht möglich, weil noch so viele Leute da waren. Ja, das wäre auch nicht möglich, weil noch so viele Leute da waren. Auf. Hast du da keine mitgenommen? Nee, ich hab keinen... Ich hab einen Sniper und das andere hab ich... ...weil, dass ich Geist haben kann. Ich hab keinen Overkill drin. Achso. Achso. Da hab ich ja eins. Hier ist medizinische Versorgung. Da war was? Amoklauf. Da ist ein Neutronen, weil ich hab schon eine. Da ist ein Scharfschützengewehr. Da ist ein Scharfschützengewehr. Da ist ein Scharfschütz. Aber da sind eh aufzügekisten. Da, da ein. Da sind eh schon wieder Zweiter. Das ist bei dem Modus schon interessant, weil es geht so schnell auf. Hm. Entschuldigung, der erste. Ja, da magst du halt eine Kohle bei Bonniard. Ist irgendwo eine Abgabe, denkst du? Ja, wir schauen uns. Mir fliegt das Geld schon wieder hinten raus. Die nächste Abgabe ist die... Ist da. Ah, lässern. Da, wir sprengen dann runter. Wir sprengen dann ein paar runter. So. Die Tank hat, gell? Ja, gehen wir hin. Die Tank hat, gell? Die da. Okay, wir wollt schon einer killen. Mach. Wir müssen das nicht durch. Wir hätten den Hubschrauber nicht mehr können. Täter, täter. Kontakt! Da ist schon gelootet auf jeden Fall. Kann sogar eine Kiste auch rein. Uh, da kommt ein Geld runter. Hier sind Vorräte von der Gelb. Oder hinten sind noch Argeland. Ja, aber wir müssen nachgeben. Wenn wir das jetzt verlieren, dann sind wir... ...erster gewesen. Oha, ja, jetzt bin ich schon... ...fass tot. Wo ist er? Stell mir auf, irgendwo Richtung Osten da. Die Richtung. Fakt. Abnehmen. Warte, gib mal. Lass uns einmal noch nicht so umgehen. Ja, das ist doch jetzt. Fass nur für eine. Hopp schon. Passt schon. Auf, auf zum, zum, abgeben. Ja. Unbedingt. Wo eben jetzt? Na, dort sind Leute. Gehen wir zu dir. Die Bank ist hier drüben, weil wir was loswerden wollen. Fack, schießen sie ja gewaltig hier. Da haben wir. Ja. Scheiß, träg. Back home. Mal hinter mir. Normal. Oh, aufah, Feuerwehr, aufpassen, gell. Aufpassen, mehr Feuerwehr. Er ist rein. Ah, hat mich auch. Scheiße. Ja, das ist der Scheiße, wenn man so markiert ist. Ja, eben ein Erster. Wo, ich hab jetzt doggestanden, verlorenes Geld, Null. Das ist interessant. Ja. Ja, weil sonst war es da über die Null Blöder ausgeht. Das ist eigenartig, ja. Vielleicht verliert man, wenn man die Erste ist, die 1 Million einmal nicht. Die sind schon wieder Erster, gell. Vielleicht sind die einmal generell sicher. Kann das sein? Kann das sein, wenn man die 1 Million erreicht hat eventuell. Kann natürlich sein, ja. Da liegt natürlich überhaupt nichts einmal an. So, es wird aber nicht viel, dass wir jetzt dort 2. oder 1. sind. Dann sollten wir schauen, dass wir noch irgendwo eine Kleinigkeit erinnern. Komm zur Mütze. Irgendwo ein Auftrag? Nein, hast gesagt. 1. 3. 0. Ja, nein, 10.000 verloren. Aber wie schießen die so weit? Wieder einer Deppern... ...ein scheinbar ist drin. Zweiter! Nein! Dritter! Ah, er hat's gesammelt. Verlie... Nein, okay, komm! Ah, das bitte! Hallo! Hallo, Killer-Kamir! Servus! Servus, grünftig! So knapp! Vor allem, wie viel Geld, dass wir schon wieder verloren haben. Ja.